Einen fröhlichen Mod-Montag, meine hochwerten Zuschauerinnen und Zuschauer, alle die Toro Roma 3 Mods und so weiter lieben. Heute gibt es mal eine Vorstellung von den Mods, die der Hamster selbst gerne verwendet und normalerweise in seinen Kampagnen aktiv hat. Und einen Link zu meiner Steam-Collection, die kann man nämlich bei Exploding Hamster oder bei euch selbst, bei Content, ich bin zwar, hier sind meine Screenshots auch drin, aber ihr könnt meine Collections hier finden. Hamster-Kiesel-Mods, okay. Mit diesem Mod könnt ihr die Kiesel-Kampagne spielen. Ah, das war noch von Total Warhammer 2, als man auch schon Kiesel-Spielen konnte. Mit, ja, fast noch einer interessanteren Kiesel-Fraktion als die, die wir jetzt haben. Aber worum es heute geht, ist nicht der Davy-Fan-Kampagnen-Mod-Kampagnen-Collection auch von Total Warhammer 2, sondern die neue Doktor-Hamsters-Mod-Liste. Und vielleicht sollte ich hier mal einen neuen Namen geben. Es sind die Mods, die ich einstelle und bei so ziemlich allen meinen Kampagnen aktiviere. Was die sind und warum ich die gut finde, erzähle ich euch jetzt. Und falls ihr eigene Mods habt, auf die ihr ungern verzichtet, schreibt sie mir gerne in die Kommentarspalte darunter. Und die Vorschläge mit den meisten Daumen hoch werde ich dann zumindest ebenfalls vorstellen. Jetzt müsst ihr noch bedenken, es sind nicht alle Mods, die ich jemals vorgestellt habe hier drin, aber es sind die, die ich generell eigentlich immer empfehlen kann. Wir beginnen mit einem meiner Lieblings-Mods, das Warband Upgrade Ultimate. Das Ding hier gibt euch einen Upgrade-Tree, also einen Auf-Level-Baum für alle eure Einheiten. Okay, das backt jetzt ein kleines bisschen rum. Okay, aber jetzt funktioniert es. Genau, mit diesem Warband Upgrade Ultimate Mod seid ihr in der Lage, jede eurer Einheiten für alle möglichen Fraktionen erfahrungsmäßig aufzuleveln. Genauso wie das bei den Kriegern des Chaos der Fall ist. Und ich finde das einfach wirklich richtig, richtig unterhaltsam. Es gibt den Armeen viel mehr Dynamik. Ihr seid nicht so festgehangen an euren alten Truppen und könnt sie vielleicht dann nicht mehr aktualisieren und updaten oder dann hängen irgendwelche alten Speerträger ohne irgendwas rum. Jetzt könnt ihr, wenn sie Erfahrungen sammeln, genau wie bei den Kriegern des Chaos, sie upgraden auf bessere Truppen. Kann sich sicherlich der ein oder andere fragen, wie denn eigentlich normale Ritter zu Demi greifen werden können. Ist mir aber egal. Ich finde es super cool und ich möchte das nicht mehr missen. Diese Warbrand Upgrades. Eine der besten Features für jede Kampagne, die ich spiele. Dann haben wir die Battle Chance Revived. Ein netter Mod, der eigentlich nur dafür sorgt, dass auf dem Schlachtfeld ein kleines bisschen mehr Geschrei und Abwechslung, was die Kampfgesänge dabei ist. Ein bisschen mehr Abwechslung, aber nichts wirklich Spielentscheidendes. Das ist genau wie Building Progression Mods. Der gehört auch eher zu den visuellen kleinen Updates. Was macht dieser Mod? Mit Total Warhammer 2, aber auch bei Total Warhammer 3 war es ja so, dass die Gebäude, die Gebäude-Icons, die ihr so baut, die waren immer gleich. Und dieser Mod sorgt dafür, dass die Gebäude-Icons von, ja, wie je höher ihr im Level geht, sie sich verändern in ihrem Aussehen. Und das finde ich echt klasse. Das gibt dem Ganzen viel mehr Charakter und auch viel mehr Abwechslung. Würde ich unbedingt empfehlen. Building Progression Icons 3. Backholder, Zorbarz und Spantan 6 haben die ersten drei Mods erstellt. Jetzt wird es ein bisschen abgedrehter. Nämlich Katavs, Krakadrak, Norfs, Zwergen Mod 3.0 Kampagnen Release. Um das Spiel ein bisschen abwechslungsreicher zu gestalten und dafür zu sorgen, dass ihr nicht alle tausend DLCs kaufen müsst, die es momentan gibt. Wobei, wenn ihr euch DLCs kaufen wollt, dann schaut mal gerne rein. Bei meinem MMOGA Webstore könnt ihr die alten Spiele und die DLCs für etwas günstiger als bei Steam kriegen. Aber für mehr Abwechslung in euren Kampagnen könnt ihr extra Mods kriegen. Zum Beispiel die Norskanischen Zwerge. Schöne neue alternative Zwergenfraktion, die auch schon schön in der Gegend von den Norska startet. Auch eine interessante Startfraktion von Katav persönlich. Fügt also eine neue Zwergenfraktion mit ihren eigenen individuellen Stärken und Schwächen hinzu und eigenen Tech-Trees. Sehr empfehlenswert. Als nächstes haben wir einen weiteren Zwergenmod, die Dwarf Thunderbarge. Und das ist ein bisschen Spaß-Einheit für die Zwerge. Und dieser Mod ermöglicht es euch für die Zwerge auch in der Kampagne eine neue Einheit zu rekrutieren. Nämlich die Zwergen Donnerbarke, auch bekannt aus den Godric- und Felix-Romanen. Und es gibt auch den Technikus, der dann damit rumfliegen kann. Und ich glaube, es gibt auch einen neuen Heldengeneral dazu. Genau, Malakai Makaisen als neuen Helden mit der Spirit of Grongni. Cooles Ding, ihr könnt sogar die Kanonen von der Thunderbarge direkt selbst abschießen. Als nächster Mod in meiner Mod-Reihe sind die Mixus-Mod-Pakete. Auch die sollten fast nie fehlen. Ihr müsst sie sowieso haben. Also unter anderem Mixus-Unlocker. Dieser Mod von Mixu, also Mixu, ein ganz legendärer Mod-Erschaffer in der Mod-Community von Total Warhammer, hat diesen Unlocker erschaffen. Und dieser Unlocker ermöglicht es euch erst, andere neue Fraktionen überhaupt spielen zu können. Mit diesem Unlocker könnt ihr alle Fraktionen spielen, die es in der Kampagnenkarte gibt. Auch die No-Name-Fraktion, wer weiß, ob da vielleicht auch was geht, wenn man kein Total Warhammer 1 und 2 hat. Aber auf jeden Fall kann man dann mit diesem Mixer, zusammen mit diesem Mixer hat Mixu außerdem noch neue legendäre Lords in die Kampagnen zugefügt. Und für all die Fraktionen oder jedenfalls viele Fraktionen, die bisher noch keinen legendären Lord haben, da sind dann vor allem die ganzen Grinsgrafen oder Wahlgrafen des Imperiums dabei, aber auch neue Grünhold-Lords, neue Tiermenschen-Lords und alles mögliche. Mixus Legendary Lords, sehr empfehlenswert. holt ihn euch und dazu braucht ihr dann aber noch zusätzlich das Mixus Legendary Lord Asset Pack, damit noch die Grafiken eingeladen werden für die neuen Lords, die ihr da habt. Neben diesen Mods gibt es den nächsten Fraktions-Overhaul, also Fraktionsvariationen, nämlich die Paraten von Sartosa. Die sind, ja, denke ich, fast, also, ganz normal wie normale Vampir-Küsten-Fraktionen. Generell, dieser Mod von Nanu sorgt dafür, dass Sartosa ein bisschen spezieller und anders gespielt werden kann und andere Einheiten, mehr sterbliche Einheiten hat, denn sie ist ja auch selbst keine untote Nekromantin oder so. und den finde ich gut. Gibt den Fraktionen, der Fraktion, ich finde eher, deutlich mehr Charakter und Eigenständigkeit und das ist genau das, was ich liebe in meinen Kampagnen. Ein visueller Mod, Unique Faction User Interface. Auch hier macht dieser Mod spielmäßig keinen Unterschied, aber ihr seht, wenn ihr durchklickt, dass eure verschiedenen Fraktionen jetzt ein etwas eigenständigeres User Interface haben und die Farben passend zu dieser Fraktion aussehen. Holt ihn euch. Passend dazu, ebenfalls von Müsli-Regel, dem legendären, gibt es das Unique Faction Currency Modchen und der sorgt auch für eigentlich nichts weiter als sonst dafür, dass die Geldmittel der verschiedenen Fraktionen jetzt nicht mehr einfach nur Gold heißen, sondern man kann es hier sehen, die Gruftkönige haben Seelen, die Skaven haben Warpstein-Token, die Grünhäute haben Zähne, Vampirküste haben Beauty und Dunkelölfen haben Bloody Sovereigns, was auch immer das ist, und Zwerge haben Gorr. Wer kennt es nicht? Und das Imperium Goldene Kron. Kleiner, netter Touch, der auch wieder das Spiel ein kleines bisschen interessanter und abwechslungsreicher gestaltet und realistischer, denn was wollen Grün heute mit Gold? Keine Ahnung. Nächster Mod. User Interface Improvements von Adam Dave. Ganz kleiner visueller Verbesserungsmod. Er sorgt zum Beispiel dafür, dass Bauen und Abreißen nicht mehr die gleiche Farbe haben, wie in Tealoma 3 aufgrund von vermutlich Wahnsinn der Entwickler eingeführt worden ist. Ich meine, what the fuck, was haben die sich denn dabei gedacht? Also, mit dem Mod sind, wenn ihr einen Baubefehl gebt, die Baubefehle jetzt wieder grün und die Abreißenbefehle sind rot. Absolut gut. Also, ich meine, was hat sich Creative Assembly dabei gedacht? Außerdem gibt es wieder Städte, Hintergründe im Panorama, in dem User Interface. Auch noch ein netter Bonus. Als nächstes, auch so ein bisschen ein Komfort-Mod, den ich manchmal verwende, aber er ist halt einfach schon ganz schön, die Option zu haben. Ihr müsst es ja nicht verwenden. Es ist die Möglichkeit Toggle Fog of War und ermöglicht es euch, den Nebel des Krieges auf der Kampagnenkarte zu entfernen. Man kann das schon als ein bisschen Cheat-Mod bezeichnen, aber gerade wenn ihr jetzt so eine Kampagne spielt, wie mit Karl Franz, die ich sie gerade mache, die eher so lokal unterwegs ist und ihr wollt vielleicht doch mal sehen, was ist denn eigentlich in der Welt so los, dann mal den Nebel des Krieges öffnen. Das macht einfach Spaß und das sorgt dafür, dass man vielleicht doch ein bisschen mehr das große Ganze sieht und nicht immer nur so in seinem kleinen Kleinen in der Kampagne rumhängt. Finde ich ein super Mod. Hol den euch. Er ist auf jeden Fall in diesem Paket drin. Er wird dann aktiviert mit einem kleinen Symbol, könnt ihr auch hier sehen, der dann oben links im Menü erscheint. Nächster Mod. Das hier ist eher so ein Spaß-Mod, der mit in meinem Paket drin ist. Es ist der eiserne Koloss von Nullen. Ah, ja. Eine Einheit, die ich vermutlich niemals selbst in der Kampagne spielen möchte, aber ich werde niemals spielen werden, weil ich die Kampagne nie so lange spiele. Aber ich mag, dass es wenigstens das Potenzial gibt, mit der Peniskanone die Gegner zu vernichten, mit diesem riesigen Mechagodzilla, was das ist. Könnt ihr in der höchsten Ausbaustufe der Spiele- und imperialen Schützenakademie oder so bauen. Und das ist ein Mod von Snack. Snack mit der Pistole. Absolut epischer Typ. Vielen Dank für den alten Kolossus auf Null-Mod. Dann kommen wieder Fraktionen. Der OVN. Das OVN-Team ist dabei, noch viele, viele weitere Fraktionen hinzuzufügen. Und da gilt bei mir das Gleiche wie mit dem Kataf Southern Realms Mod. Neue Fraktionen sind einfach eine Spitzensache. Das OVN-Team hat hier für Total War War 2 bereits einen Sack voller neuer Fraktionen erschaffen. Unter anderem die Chaos-Zwerge. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Chaos-Zwerge von OVN nachher auch wieder die bessere Fraktion sind, als die, die Creative Assembly rausbringt. Vielleicht nicht ganz so gut gebalanced, aber immerhin waren sie da. Hab ja auch Kampagnen gespielt, waren cool. Hier wird die Fraktion Albion erschaffen, mit ihren ganz eigenen Einheiten, einen ganz eigenen Charakter, ganz eigenen Tech-Tree. Und sie starten auf Albion. Passenderweise. Holt ihn euch. Mega genial. Daneben haben wir den Mod, der momentan für die Immortal Empires Beta rausgekommen ist, der ebenfalls eine neue Fraktion hinzufügt. Und dieser Mod ist von RedDragon0908, mit dem schwarzen Loch hier im Hintergrund. Er fügt den Orden von Solland hinzu. Was ist der Orden von Solland nun? Der Orden von Solland ist die Fraktion, die ursprünglich bei Solland gewesen ist, allerdings von den Grünhäuten vertrieben worden ist, bei irgendeiner Grünhautinvasion. Und jetzt hängen die hier so oben im Norden des Imperiums rum. Aber sie haben noch einen kleinen extra Twist, weil diese Fraktion ist zweigeteilt. Ein Teil ist oben im Norden und hat so eine Stadt, ihren Orden. Und ein anderer Teil der Fraktion geht hier auf Kreuzfahrttrip in den Südlanden. Für ein bisschen Abwechslung. Das heißt, es kombiniert auch die normale Stadt-Volk-Mechanik mit Horden-Mechaniken. Als nächstes haben wir den Recruit Defeated Legendary Lords hier in unserer Mod-Sammlung drin. Dieser Mod sorgt dafür, dass wir bald eine andere Fraktion, die eurem Volk, also dazugehört, dazugehört. Das heißt, wenn irgendein Volk, mal der Grimmige, die Fraktion von ihm vernichtet worden ist und ihr habt Karl Franz oder bald das Geld, dann habt ihr die Möglichkeit, diesen legendären Lord bei euch in eurer Fraktion zu rekrutieren. Gilt auch für No-Name Lords. Das heißt, es können sich dann also schon mit so eine ganze Menge von diesen Lords ansammeln. Ihr bekommt dann immer so eine Nachricht. Ihr könnt diesen Flüchtling akzeptieren oder ihr könnt den fliehenden Lord wegscheuchen, dann wird er sich einer anderen Fraktion anschließen. Ihr könnt ihn vernichten, put them out of the misery, dann ist er weg. Oder ihr könnt in 25 Zügen euch nochmal entscheiden. Ja, finde ich auch sehr unterhaltsam, weil ihr dann eben die Möglichkeit habt, diese ganzen interessanten Lords zu spielen, die sonst unter Umständen weg sind. Nächster Mod. Erneut für die Zwerge ein Mod. Und zwar ist es der Dari Thunder Mod. Gefällt mir persönlich sehr gut. Er macht die Zwerge einfach viel unterhaltsamer zu spielen. Er fügt eine Reihe von, vielleicht würde der eine oder andere sagen, vielleicht sogar schon OP-Einheiten, Gatling Gunner, Jazzal-Typen dazu und neue Kanonen-Varianten und so eine Art Schneepflug oder was das ist, um als Streitwagen durch die Gegend zu flügen. Und eine riesige Kanone und ein Gyro-Bomber, der Truppen transportieren kann. Black Hawk Down sozusagen. Auch sehr schön, der Mod von, auch wieder von Schneck. Vielen Dank an Schneck für diesen Mod. Natürlich übrigens, bevor ich es vergesse, auch Danke an Smoking und Flashman für Toggle Fog of War. Den Namen habe ich leider noch nicht erwähnt. Genau wie bei Dwarf Thunder Bartsch Chaos Robby. Spartan Six Zorbas Backholder. Vielen Dank für eure Mods. Dann kommt ein Mod für die Vampirfürsten. Das ist der Necromancy Mod. Falls ihr mit den Vampirfürsten spielt, ist der eine wirklich angenehme Addition, um das Vampirfürsten-Dasein so ein kleines bisschen Roleplay zu gestalten. Ihr habt mit diesem Mod auf einmal eine große Anzahl neuer Einheiten, die ihr mit in die Schlacht nehmen könnt. Zum Beispiel diese Kroxigor-Einheiten, die auf einmal bei euch dabei sind. Aber ihr könnt sie nicht einfach so bauen, sondern ihr müsst dafür die Fraktion des Gegners, zum Beispiel Echsenmenschen in diesem Fall, besiegen und Knochen sammeln. Und wenn ihr genug davon habt, könnt ihr euch Kroxigor-Regimenter bauen aus Knochen oder was haben wir noch? Irgendwelche fliegenden Bretonen oder irgendwelche Drachen oder irgendwelche Wehrbestienviecher oder ein Todes-Skelett-Mammut und noch viele weitere. Und ja, finde ich einfach cool. Macht einfach ein bisschen mehr Roleplay rein. Also holt ihn euch. Geiles Ding. Und danach kommen wir zum letzten Mod, der bisher hier drin ist mit einer zusätzlichen Fraktion, der OVN Lost Factions Mod Viehmeer. Auch hier habe ich die Kampagne kurz mal angespielt. Ihr seht, diese Einheiten, die hier mit drin rumhängen, mit Liebe gemacht, wie auch immer diese Kreaturen fressen und was sie mit ihren Zähnen anfangen. Und der Zunge ist egal. Es ist mega genial. Es ist eine Cthulhu-Fraktion mit Fischmenschen. Da seht ihr sie. Cthulhu-Fischmenschen. Auch Bloodborne lässt größen, fügt eine neue Fraktion hinzu. Mit neuen Generälen, mit neuer Story, mit Lore, mit allem Möglichen. Und der Personifizierung von Cthulhu selbst, glaube ich, als einer der legendären Generäle. So, und das ist die Mod-Liste, die Hamster für jede eurer Kampagnen empfiehlt, beziehungsweise die Hamster selber für seine Kampagnen spielt. Ich werde sie euch in der Videobeschreibung verlinken. Ich warte noch auf einen weiteren Mod, der dann auch hier aufgenommen wird. Das ist Estalia, soweit ich weiß. Und wer weiß, die kommt wahrscheinlich dann nächste Woche, am nächsten Mod-Montag. Wenn ihr informiert bleiben wollt über das, was es im Mod-Geschehen von Toro Warhammer gibt und welche Mods die besten sind, meiner Meinung nach, jedenfalls lasst gerne das Abo und den Daumen hoch da. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Oh, hell the mighty He's arising from the deep Great tats of sails and incredible tales We're caught in endless seas We're caught in endless seas in endlessマッチ We're caught in endless некоторoses